Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp heute am Dienstag. Ich hatte es in der Sendung DAX-Check schon gesagt, dass Fresenius sehr spannend im Moment ist. Nicht nur aus charttechnischer Sicht, darauf gehen wir gleich ein, sondern auch fundamental. Ich hatte schon öfters gesagt, dass der Konzernumbau gut vorankommt, und dass die Pläne schlüssig sind, dass die Anleger das auch sicherlich irgendwann honorieren sollten, wenn sich Fresenius eben auf die Kernbereiche fokussiert. Das Thema Fresenius Medical Care soll ja eben ausgegliedert werden und auch noch andere Randbereiche. Und ja, diese Turnaround-Story nimmt langsam wieder Fahrt auf. Wir sehen hier, dass die Aktie in dem Bereich dieser Gap-Kante bei 26 Euro, die Gap-Kante liegt eigentlich hier unten, aber an dieses Hochebenen heranlaufen, und wir eben in dieses Gap weiter hineinlaufen dürften und dies auch schließen sollten. Das ist jetzt die charttechnische Version. Gestern vielleicht noch ein Hinweis, was da passiert ist. Da hat er ja Novo Nordisk Studiendaten zu einem Herz-Kreislauf-Medikament veröffentlicht. Die waren gut, aber nicht so bahnbrechend, wie man das insgeheim erhofft hat. Und, so die Erklärung meines Kollegen Michael Döpke, ist die Annahme im Markt, dass vielleicht auch bei den Daten zum Nieren-Medikament ein bisschen vielleicht zu viel hineininterpretiert wurde. Das hatte dazu geführt, dass dann Fresenius Medical Care, die ja eben im Bereich Dialyse sehr stark ist, wieder sich erholt hat. Und damit dann auch Fresenius. Das zu dem Hintergrund noch, warum auch Fresenius gestern 3,4% zugelegt hat. Heute, wie gesagt, geht es auch schon wieder etwas nach oben. Und wir sollten, wie gesagt, jetzt in dieses Gap hineinlaufen, die 200-Tage-Linie zurückerobern und dann hier das Gap auch schließen. Und entsprechend haben wir uns natürlich für ein Faktor-Long-Zertifikat entschieden. Unseres Partners Morgan Stanley, die MB6-ULU, kostet 8,62, hat einen Faktor von 3. Stoppkurs, den legen wir bei 7,70 Euro. Gestern hatte ich Tomra Systems am Start als Turnaround-Spekulation. Eine Ecke spekulativer sicherlich als jetzt eine Fresenius. Wir sehen, dass die Aktie im Bereich 8 Euro notiert. Schauen gleich auch mal auf den Aktienkurs, äh, auf den Aktienkurs sag ich schon, auf den Kurs des Faktor-Zertifikats. 1,15 empfohlen, 1,18. Also Spread verdient noch 3 Cent drauf. Also so kann es weitergehen. Wie gesagt, ist auch eine spekulative Kiste. Die MC9-U8J, das ist die WKN. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit und morgen zur gleichen Uhrzeit gibt es den nächsten Trading-Trip. Bis dahin, machen Sie es gut.